Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zur 20. Folge von Neon White. Wir haben noch zwei Missionen vor uns. Super, und noch ein Ticket. Ja, wow. Red! Sorry, I was just at the sermon. I just needed a second to collect my thoughts. You think I ain't got concerns, kid? This is the second day in a row I had to patch up one of you jokers! Speaking of which, you holding up okay, Red? It'll be a bit before I can fight again, but hey, I'm not dead. At this point, no explosion is big enough to do you in. They're not a reliable way to kill me. Are you two even listening to me? Listen, Violet may have bought you some time from grief, but while he's distracted with the book, the pages of the Book of Life are still scattered out there, and the freaking hour of judgment is upon us. So if you want to stand a chance at success, then you'd better haul your ass out the door and collect those pages instead. I said haul your punk ass out the door, White! What's the point? There's no way I can collect them in time, especially if Red's staying behind. Don't be like that, White. Apparently Raz has some sort of tonic that will speed up my recovery. You can't carry us until then? No, actually, I can't. Have you not seen what happens when it's just me out there making decisions? I lost Yellow. I lost Violet. I somehow made Green stronger. Hey, pull yourself together. Of all the stinkin' neons out there, the big guy chose you to entrust with his book. Well, he picked the wrong guy. I can direct my rage at Green all I want. But when all's said and done, I'm just as much at fault for the death of our teammates. Not just in life, but here too. And what, I'm just supposed to ignore that? Because God gave me a book that I instantly lost? Green was right. I mean, how can I ever even hope to be redeemed when I'll always be his puppet through and through? Are you done yet? Because, frankly, I'm sick of your pity party. You know how many years I participated in the Days of Judgment before you came along? The first few times I woke up at the glass ocean, all I could think about was how painful it'd be to see you again. My heart was heavy with resentment toward you. And it only got heavier, year after year. But still, you never showed. This was the first year I saw you. My feelings were boiling over as I watched you float to the surface of the glass ocean. But then, all of a sudden, you stopped. And you started to sink. Without even thinking, I grabbed your hand. And in that instant, I let everything go. I pulled you out of the water. And when I looked at your stupid face, I found it so silly. All that time I'd spent agonizing over the past. I... I forgave you, White. So please, won't you forgive yourself? Huh? This is a page from the Book of Life. What? A soul card? It's gotta be insanely overpowered considering the source. What can it do? Whoa, Mikey! How'd you get over there so fast? Kid, you just freakin' teleported! No way. Really? Holy crap! I bet that's not the only thing that card can do. Ha! Then... I guess I'd better go out there and test it out. Ha-ha-ha! Yes! There's the White we all know and love! We're gonna get all those pages in no time! Weep? Yes, we! I'm not about to let you hog all the action. Besides, I clearly ain't seen any neons today. Heh. Fine. I guess you can tag along. Yes! Gabby, take over for me! I'm heading out! Is this a promotion, Sir? It's whatever you want it to be, Babe! Okay! Gehen wir erstmal noch in die Kathedrale. Äh... Neon-Masken-Schrein, was ist das denn? Naja, welcome, welcome! Hier, Tickets einlösen, was ist es? Äh... Keine Ahnung. Ein Schlüsselanhänger, okay. Und jetzt ist zu. Noll. Mit Neon-Violet sprechen. Ne, das will ich eigentlich nicht. So. Also, dann ab zur Himmelspforte. Zehnt Level hat sie wieder. Okidoki. Let's do it! Oh... Crap. Oh... Ich bin sorry. Es ist okay. Honestly, die schlimmste Teil. Was ist das Problem mit diesen Masken? Ich habe eigentlich immer gedacht, dass sie cool sind. Sie sind aus den Carcassen von Todesangeln, Dingus. Wie soll ich das wissen? Nur Angeln haben die Kraft der Heiligen Flamme. Wenn diese Masken sind, diese Flamme ist das, was dich verletzt. Sie sehen, dass du alle in die Masken in diese Masken, Jahr nach Jahr. Es ist wie zu sein, bei meinen Fakten. Damn, das muss sich schwer sein. Du wirst es nicht denken, aber ich war immer der Runt von Michael. Ich habe so viele andere Engelhörungen in der Krieg gebeten. Ich fühle mich nicht mehr als andere Optionen, außerhalb von den Glauben zu den Glauben. Ich habe mich nicht verletzt, aber zu sterben mit meinen Freunden wäre viel besser gewesen. Aber du wirst. Die Steine wurden gemacht. Es gibt keine Lust zu wollen, richtig? Ja. Hey, wenn ich mit dir hier bin, das macht mich für meine Cowardes. Ich werde nicht sterben, Mikey. Ja, okay. Darf ich jetzt anfangen? Beziehung, Fragezeichen. Wow. Buch des Lebens. Leg dieses Buch seit am Ende des Levels in das Buch des Lebens zurück. Ablegefähigkeit. Ziele auf einen Dämon, eine Tour oder ein Fass, um dich an die Position des anvisierten Ziels zu teleportieren, um es zu zerstören. Diese Karte kann unbegrenzt häufig abgelegen. Oh boy. Okay. Holy crap. Okay. Das ist ja geil. Jetzt geht's ja langsam los hier. Äh, zack. Aha. Ah, shit. Ja, Waffen gibt's halt auch noch, ne? Das sollte ich eventuell beachten. So. Oh boy. Huh. Oh Gott, da muss man echt schnell reagieren mit den Waffen jeweils. So. Na, komm. Was ist das? Nähre dich dem Buch. Wenn es sich öffnet, lege deine Seite mit Hilfe der Ablegefähigkeit in das Buch hinein und schließe das Level ab. Es ist nicht erforderlich, jeden Dämon zu täten, um das Level abzuschließen. Okay. Okay. Silber-Medaille. Das geht besser. Das geht definitiv besser. Zack, zack. Boom, boom. Boom. So. Na, komm. Ja. Ist schon deutlich besser als... Boah, Hennen. Komm schon. Vier Sekunden schneller. Das geht aber besser. Drei Sekunden kann das noch schneller gehen. Huh. Ah, ja klar. Lol. Ich muss ja nicht alle Dämonen töten. Ja, ja, ja. So. Zack. Hier kann ich mich dann aber nicht mehr fortbewegen. Das ist ja scheiße. Ah, 1,8 Sekunden. Okay. Scheiße. Habe ich den falschen nicht mitgenommen. Guck mal, ich muss ja nicht jeden töten, hat's ja geheißen. Crap, ey. Na, komm. Komm, komm, komm. Okay. Ah. Das ist so, wie es ist getan, motherfuckers. Rang 4000. Nächstes Level, please. Gib it to me. Äh, okay. Buch des Lebens überspringen. Es ist nicht erforderlich, jeden Gegner zu töten. Begib dich zum Buch des Lebens und lege die Buchseite ein, um den Level abzuschließen. Oh, mein fucking Gott. Ja, Mann. Oh, shit. Ach, du Heiliger. Ha. Silbermedaille nur. 5 Sekunden schneller geht's. Scheiße. Äh, wait a minute. So. Na, komm. Bam. So. Runter. Und rein. Goldmedaille. Yeah. Das geht immer noch 1,8 Sekunden schneller. Zack. Zack. Guck mal. Das ist geil. Was ich hier mache. Bam, 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 bam macht's hier. Scheiße. Das war nicht so gut. Aber trotzdem stark. Oh, ho, ho, yeah. Ich hab den Dreh so langsam raus. Ich hab den Dreh so langsam raus. Yeah, man. Nein, da kann ich mich nicht hin teleportieren, okay? So. Oh, shit. So. Haben wir die Pistole. Na, komm. Oh, shit. Hier hoch. Okay. Nein. Oh, da wäre das Ziel gewesen. Come on. Komm schon. Ja. Blöde Dinger hier. Guck mal, wie geil das ist. Einfach fucking teleportieren. Wie geil ist das bitte? So. Goldmedaille. Oh, ja. Hier Sekunden schneller. Holy crap. Okay. Warten wir für die Abkürzung sein könnte. Zack. Okay. Ja. So. Dieses Mal habe ich die Abkürzung relativ schnell gefunden. Finde ich super. Oh. 2,3 Sekunden schneller geht's auch. Ja, gut. Bei der Abkürzung habe ich natürlich ein bisschen verkackt, weil ich erst nicht wusste, wodurch. Wird dieser dann relativ verständlich. So. Ah. Come on, Whitey Boy. Okay. Zack. Und hoch da. Na, komm. Wir schaffen das. Ja. Unter 30 Sekunden. Yes, Baby. Global. Das ist 3600. Okay. Na gut. Ach, du heilige Scheiße. Ich dachte, ich kann teleportieren, aber... Das war's wohl nicht. Äh. Aha. Ne, da kann ich nicht... Ah. Okay. Got it. war der falsche Weg. So, da hoch. Zack. Runter. Ah, da hoch. Oh, mein Gott. Komm schon. Ja, Mann. Ja, okay. Das geht auch so nicht. Okay. Überraschung. Lol. Das ist eine Errungenschaft. Komm schon. Wunderbar. Und hoch. Komm schon. Ja. Gut, ich muss ja die blöde Kiste da eigentlich gar nicht erledigen. Dann einfach so. Und dann den hier. Okay. Gold Medaille. Sag mir nicht, es fehlen 0,3... Ne, okay. 2,3 Sekunden. Okay. Ich hab schon eine Idee. Ne, da... Ah, okay. Ne. Geht nicht. Mein Plan funktioniert nicht. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Und... Wumms. Ich weiß gar nicht, ob das hier... Ja, das wird wahrscheinlich schon benötigt hier, ne? War das jetzt Club, was ich gemacht hab? Ach, leck mich doch. Und hoch. Komm schon. Ja. Und hoch. Okay. Rüber. Ah, das war schon... Oh, das ist die Erstenmedaille direkt. Wow. Okay. Ja, nächstes Level. Let's go. Let's go, let's go. Aha. Äh, da hoch. So. Okay. Ey. Oh Gott, ey. Manchmal ist es echt schwierig, rauszufinden, wo zum Teufel man durch muss. So. Oh, kacke klappt. Okay. Oh mein Gott. Ähm, runter. Goldmedaille. I'll take it. Hang 10. Uh, 5 Sekunden schneller. Okay. Warte mal. Das ist die Abkürzung. Wait a minute. Was ist denn da, die Abkürzung? Hä? Ah. Got it. Okay. Okay. Nee, aber ich krieg da ja gar keine Waffe. What the hell? Hä? What the hell? Perfekt. Oh. Keine Ahnung. Na ja, wir machen nochmal den, äh, regulären Weg. Uh, boy. Ja, danke. Runter. Runter. Ja, fehlen immer noch ein, zwei Sekündchen. Gut, ich hab vorhin Zeit verloren, als ich nach dem Weg gesucht hab. Jetzt aber, komm, das ist ein guter Versuch. Das ist ein sehr guter Versuch. Versuch. Das war dumm. Das ist von einem sehr guten Versuch ziemlich schnell zu einem sehr schlechten Versuch. Komm schon, mein Freund. Wenn du überhaupt mein Freund bist. Wenn du mein Freund bist, White. Strengst du dich verdammt nochmal an. Und zwar genauso. Sehr gut. Runter. Das ist aber eine deutliche Ass-Medaille. Ohne Abkürzung sogar. Sehr gut. Sehr gut. This card really is OP. I'll have the rest of those pages gathered in no time. Dammit, Keine. Slow down. You're gonna give God a heart attack, making him watch you act a fool out. I find it hard to believe God is paying attention to me at all. Well, too bad. It's the truth. You stink of divine intervention. I still don't get why. I mean, look at me. I'm just a dumb ape. True. But God sees stuff the rest of us don't. A person on a dumb ape like you would lead us to justice. Hell, your teammates lack any of different sense. when I used to kill people for a living. Remember how I told you there's something about you that's different from other Neons? I think that's because your soul is crying out to atone. What does that have to do with anything? Isn't everyone else here for forgiveness? No, they're here to escape hell. There's a reason why the believers summon Neons with murderous pasts, beyond the fact that their skills lend well to Demon Slayer. See, the best Neons don't ask questions. They keep their heads down and their eyes on the prize. But souls haunted by the guilt of their past deeds aren't very good at this. Their guilt distracts them from medals and high scores. At some point or another, they catch on to the believers' charade. And start sometimes that sort of growth happens in the soul after countless years on the job. That's what happened with Red, huh? Yep. But with her resentments towards you cleared up, I imagine this would have been her last year here. Why's that? There's a kind of filtration system at the Glass Ocean. The souls of those heavily weighed down by remorse aren't buoyant enough to reach the surface. Remember what Red said earlier? How you would have sunk back down at the Glass Ocean if she hadn't pulled you up? You think I wasn't supposed to be a Neon? I think that Red's act of forgiveness created a unique circumstance, in which someone God could actually reach, was finally invited into this domain. And you better believe, that counts for something. Super. Ja, den Rest von der Mission machen wir morgen. Für heute ist Schlusikowski. Ich bedanke mich dem Zuschauer und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.